Ein herzliches Willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider mit von Nöher Gameplays als Hobby. Ja, ich verstehe einfach mein Aufnahmeprogramm nicht, was das denn soll. Ständig, ich ändere nichts an den Einstellungen und egal bei welcher Aufnahme, die sind unterschiedlich von der Qualität her. Obwohl ich, wie gesagt, nichts ändere. Ja, die eine Aufnahme hat, ja gut, ich habe es jetzt gerade gesehen, ich habe jetzt marginal kontrolliert, 25 FPS, das ist in Ordnung. Kinofilm hat 24. Das ist also in Ordnung, das läuft also flüssig. Da vorne der Teil wiederum hat nur noch 20. Ja, super, geil. Jetzt habe ich eben gerade ganz kurzes Video nochmal so aufgenommen und da hatte ich dann plötzlich 33 FPS. Ich verstehe mein Programm nicht, warum das bei jeder Aufnahme unterschiedliche FPS-Anzahl hat. Obwohl das dasselbe Spiel ist, dasselbe Einstellung, ich ändere gar nichts. Ich verstehe es einfach nicht. Ständig diese Probleme mit der Aufnahme, das stört mich irgendwie total. Ich hoffe, es läuft jetzt auch flüssig, mindestens 24 hoffe ich, wie im Film auch. Und dann fangen wir jetzt einfach wieder an und hoffen, dass die Aufnahme in Ordnung ist. Ja, wir gehen hier raus aus diesen Bädern. Vor allem, das Interessante ist, in meinen Aufnahmeprogrammen habe ich 60 FPS eingegeben, soll es aufnehmen. Aber, dass es dann doch nur so 24 aufnimmt, manchmal 30. Bevor ich überhaupt mit dem ersten Teil hier angefangen habe, wieder mit der Aufnahmesession, hatte ich sogar bei einem Testvideo, hatte ich über 50 FPS bei der Aufnahme. Deswegen, ich verstehe das nicht, warum das so unterschiedlich ist. Das ist einfach unverständlich, ich kapiere es nicht. Weil ich hier auch eigentlich an der Qualität hier nichts ändere. Ich möchte doch einfach nur ganz normal spielen und aufnehmen. Warum ein Programm mir das nicht erlaubt, weiß ich nicht. Aber ich glaube, die Lichtspiele und sowas, die sind mit DX12 wirklich viel besser. Aber hier hängt es wieder ziemlich. Das Geothermale Tal ist einfach nicht so gut für mich. So, hier haben wir auch noch eine Höhle. Da waren wir ja auch noch nicht drin, weil ich euch auch schon gesagt hatte, hier brauchen wir auch das Atemgerät. Das haben wir ja jetzt. Also können wir hier auch mal reingehen. Bevor wir weitermachen. Ich finde es immer so lustig. Die hat ihre, ich sag jetzt mal, Lampe hinten am Arsch hängen. Aber nach vorne leuchtet es genauso weit. Und das ohne Schatten. Ich brauche ein besseres Erz. Ich muss besseres Erz finden, aber irgendwie finde ich das nicht. Das Holz kann man nicht einsammeln. Voll. Okay, das war es vorhin in der Höhle. Tatsächlich. Okay, wir haben hier aber noch einen Herausforderungs- Krypto-Eingang. Tolle Spiegelung im Wasser. Da hätte man echt meinen können, man könnte gar nicht wieder zurückschwimmen. Ich glaube, ich brauche echt einfach nur einen besseren Prozessor. Meiner ist scheinbar mittlerweile zu schlecht, leider. Ähm, der Krypto-Eingang ist wo? Okay, hinter dem Wasserfall. Dann können wir ja hier wieder hoch. Wo ging es denn hier hoch? Die Seite? Nee, ich glaube, ich muss auf den Baum da. Vorsicht, Lara. Vorsicht, Lara? Warum sagt er das? Der ist ja noch nicht mal bei mir in der Nähe. Huch. Weg war ich. Oh. Da ist schon der Krypto-Eingang. Da hätte ich da ja vorher doch schon reingehen können. Oh, da hätte ich sogar klettern können, sehe ich. Tatsächlich, hier ist es schon. Okay, dann können wir direkt hier mal die anderen Sachen ankreuzen. Und hoffen, wir finden sie. Oh, scheiße, es ist sogar über uns. Okay, das hat nichts mit der Krypta zu tun. Okay, scheint wohl auch über uns zu sein. Waren wir in der Krypta vielleicht schon? Wieso ist das alles da oben? Ist das den hier ernst? Okay, wir gehen jetzt trotzdem mal hier rein. Wie wir sehen, waren wir hier noch nicht drin. Wir sehen, die Krypta ist noch dicht. Irgendwas muss hier ja noch sein. Ah ja, okay. Oh, hier ist Wasser, okay. Pilze sind voll. Okay, hier müssen wir aber auch tauchen. Ich weiß gar nicht, ob ich das vorher hätte machen können. Ja, hätte ich machen können. So weit müssen wir nicht tauchen. So, ich weiß gerade gar nicht, was es hier eigentlich an sich zu finden gibt. Ist das ein Lager? Ne, ist Öl. Eine Schriftrolle. Eine Schriftrolle. Krypten, der Gründer. Eine große Stadt brauchte einen großen Architekten. Der Prophet fand seinen bei den Russen. Okay. Ha. Erz ist zwar voll, aber hier scheint wohl das andere Erz drin zu sein. Genau. Sehr schön. So, die Pilze waren voll. Was gibt's hier oben? Nochmal Erz. Besonderes Erz anscheinend. Dafür scheint wohl unter anderem die Höhle da zu sein, um dieses besondere Erz abzubauen. Wie es aussieht, ja. Okay, Tauchung funktioniert nicht. Das Wasser sieht ein bisschen ölig aus. Wir haben ja viel von dem Erz. Das ist gut. Wo geht's denn hier hin? Oh! Ein Grab! Da traf ich gar nicht mehr gedacht, dass sowas hier drin ist. Interessant. Wir haben ja auch noch einen Ort entdeckt. Hier, huhu! Gibt's hier irgendwas? Das aussieht nicht. Noch nicht mal Geld. Oh, der Sarcophag ist sogar kaputt. Bogen freigeschaltet! Yeah! Das ist dieser antike Bogen wahrscheinlich. Da bin ich ja mal gespannt. Ob der in irgendetwas besser ist als der Bogen, den wir schon haben. Die ganze Zeit schon. Ja, cool. Keine Überlebensverstecke oder sowas. Oh, hier haben wir noch ein Wandgemälde. Super Information. Rüfka. Die Architekte. Mach Sachen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, nach der einen Schriftrolle weiter oben. Das war wohl ihr... Ihr Grab. Okay, da geht's wohl hoch. Wir wollen aber natürlich hier unten noch ein bisschen rumgucken. 29 Öl. Okay, in der kleinen Ausbuchtung gibt's wohl nichts. Hier unten wohl auch nicht. Hier oben gibt's auch nichts. Einfach nur zwei verschiedene Wege, um wieder hier hochzukommen. Ach, wir sind jetzt hier wieder? Okay. Okay. Okay, das war's dann wohl in dieser Höhle. Immerhin. Wir haben ein besonderes Erz gefunden. Was natürlich genau richtig ist, weil das brauchen wir für Waffenverbesserung und sowas. Sehr schön. Also hat hier dieses... Diese Kripte hat doch irgendetwas gebracht. So, und jetzt hängt natürlich wieder mein PC etwas... Das Geothermantal ist sehr anstrengend. Wuhuuu. So, ich hab hier oben kein Lager. Ja, das heißt, ich werde jetzt erstmal hierher zurücklaufen zum Lager. Erstens, um zu speichern. Wir haben immerhin jetzt ein Herausforderungsgrab... Okay, nee, da hat man ja eigentlich streng gespeichert gehabt. Aber ich will den neuen Bogen mir erstmal angucken, bevor das jetzt hier irgendwie weitergeht. Und ich weiß nicht, wann das nächste Lager kommt. Damit ich speichern kann. Also rennen wir jetzt einfach erstmal zurück. Ganz ehrlich, man erkennt... Also irgendwie erkenne ich einen Unterschied zu DX12 und DX11. So, jetzt läuft sie aber komischerweise wieder flüssig. Komische Sache. Na ja, Bogen verfügbar. Grabgeflüster. Schauen wir uns diesen Bogen nochmal an. Wo ist er denn? Grabgeflüster, hier. Okay, nee, leider nicht. Kein Schaden mehr. Ich glaub, mehr Schaden gibt's auch gar nicht. So, bei meiner Waffe haben wir nichts zu verbessern. Hier gibt's eventuell noch was. Okay, nur die Rückstoßstabilität. Ich kann ja eh immer nur einen Schuss machen, also von daher bringt mir das generell nichts. Oh, hier brauch ich wieder Bergungsgut. Na gut, das brauch ich noch ganz schön. So. Okay. Hatte ich nicht irgendetwas, womit ich mehr sammeln kann? Das Abfall von Pfeilen. Das Abfall von Kugeln. erhöht die Tragkapazität, spezielle Munition, reduziert die Verzögerung, reduziert Schaden, gewährt die Chance an Exo-Tier-Ressource, jegliche Schaden durch Raubtiere wird gesenkt, Tiere, die keine Raubtiere sind, bla bla bla, reduziert die Verzögerung. Die haben nichts Besonderes. Ich dachte, ich hätte auch irgendwie ein Outfit, womit ich mehr künstliche Sachen einsammeln kann. Höht Radius von explosiven Pfeilen, erhöht Nahkampfschaden. Nahkampfschaden. Okay. Meine Eile Heilung gewährt die Chance, Wunden zu verbinden, ohne Ressourcen zu verbrauchen. Reduziert die Verzögerung. Kampf erprobt. Checker Biden. Die Dauer von Giftpfeilen wird erhöht und hier steht nichts. Okay, ich habe noch meine Haare. Lass mir das jetzt einfach machen, das ist jetzt wurscht. Okay. Das sieht komisch aus. Das bin ich nicht gewöhnt, dieses Outfit. Ne, ne, das Outfit bin ich nicht gewöhnt. Ich behalte meine alte Rüstung. Entschuldigung, aber, ne, das geht nicht. So kann ich doch nicht spielen. So, schau viel besser. Gefällt mir um einiges besser, auf jeden Fall. Okay, dann wollen wir mal. Der Bogen ist leider für den Arsch. Den können wir nicht gebrauchen. Es muss doch mehr Munition für die Sorte für Wehre geben. Wieso haben wir nur so wenig? Okay, wir merken, das Geothermaltetal, das verbraucht echt viel Grafik. Anforderung. Hier hängt es dann doch etwas mehr. Ich meine, guck dir mal die ganze Wiese an. Das ist ja nicht mehr normal. Ne, ein einzelnes Grashalm muss hier generiert werden und die Lichtreflexe mit dazu mit den Schatten und, ach, keine Ahnung. Das ist schon klar, dass es sehr herausfordernd ist hier für einen PC. Aber an sich funktioniert es ja. Man merkt es ja. Ich kann trotzdem hier noch flüssig durchrennen. Nur ab und zu muss ich es mal kurz laden, wie es aussieht. Ich meine die ganzen Nadeln von den Tannenbäumen hier. Da oben. Hier oben wahrscheinlich, ja. Die kenne ich gar nicht. Warum sind die hier? Was machen die? Beten. Respekt zäumen. Adios, Atanatos. Eleison imas. Adios, Oceos. Adios, Prophetes. Adios, Atanatos. Eleison imas. Okay. Guck mal, die haben sogar ein kleines Kind dabei. Und der spielt eine stumme Flöte. Adios, Prophetes. Adios, Atanatos. Sehr schade. Das Flötenspiel würde ich gern hören. Adios, Prophetes. Adios, Atanatos. Eleison imas. Oh. Was hat der für eine Tätiwierung? X10? Adios, Prophetes. Okay. Mehr passiert hier wohl nicht. Adios, Prophetes. Adios, Prophetes. Adios, Atanatos. Alles klar. Was gibt's noch hier oben? Oh ne, hier haben wir ja noch das hier. Okay, das ist da oben. Ja, cool. Hab ich noch eine Errungenschaft gefunden. So, da vorne muss ich natürlich hin zu dem. Kammlinie. Neues Ballerslager entdeckt. Oh, hier ist das Überlebensgrab. Öh, Überlebensversteckt. Hey, ein Fähigkeitspunkt wieder. Wenn du soweit bist, wir warten am Kamm auf dich. Alles klar. So, hier haben wir noch ein Überlebensversteck. Ich glaube, dann haben wir sogar alles hier. Ne, hier auf der anderen Seite fehlt uns noch was. Und dieser Sprung fehlt uns noch. Genau, hier kam ja vorher gar nicht hin. Herausforderung abgeschlossen. Tauchsprünge, Mut zum Risiko, Errungenschaft freigeschaltet. Sehr schön. An den Sprung hätte ich beinahe nicht mehr gedacht. Da siehst du, jetzt läuft es hier aber doch relativ flüssig. Alles schön geladen von der Grafikkarte. Vor allem haben wir es hier ja auch noch extrem. Hängen den Tannenbäumen da oben wahrscheinlich. Aber jetzt läuft es hier flüssig, wie man merkt. Das ist aber auch eine extrem starke Leistung hier. Und hier hängt es dann wieder etwas. Berg und Fluch. Oh. Alles voll. Auch alles voll. Eine Karte. Unfassbar, dass es hier doch noch eine Karte in dieser Welt zu finden gibt. Was haben wir denn jetzt schon mal wieder? Ein Dokument hier unten. Oh mein Gott. Ein Artefakt. Okay. So, da gibt es, ist das Überlebenskarte. Äh. Überlebensversteck. Das hier ist ja zwar nicht weit weg, aber wir markieren es mal. Ich weiß jetzt gerade noch nicht, ob das hier, ist hier oben, ja. Ach ja, da drin. Nicht so laut, Lehrer-Kroft. Kroft-Lehrer. Das Heft eines alten Dolches wurde wohl aus Knochen geschnitzt. Ach ne. Hätte auch Gips sein können. Die Klinge fehlt schon lange. Scheint ein Oberschenkelknochen zu sein. Nahezu sicher von einem Menschen. Vielleicht ist es eine Art rituelles Objekt. Okay. Die frühen Bewohner. Alter Deutsch. Sehr schön. Das haben wir jetzt auch. So, hier weiter geradeaus ist nichts mehr. Das Dokument ist eher da unten. Alles klar. Wir können speichern. Hier oben ist ja ein Lager. Jetzt haben wir ja alles eingesammelt und gemacht. Auch den letzten Sprung. Damit es alles gespeichert ist und ich das nicht alles noch einmal machen muss. Wir haben ja sowieso... Anders hat Trinity in der Dunkelheit unter der Kathedrale angegriffen. Könnten das die Unsterblichen sein, die Sophia erwähnte? Und wenn ja, welche Rolle spielen sie bei all dem? Ich habe so viele Fragen. Aber im Moment bin ich nur erleichtert. Jonah lebt. Ich hätte wissen müssen, dass er mich suchen kommt. Und Gott sei Dank fanden ihn Jacobs Leute, bevor er Trinity in die Arme gelaufen ist. Ich wollte nicht, dass er sich auch in Gefahr bringt. Aber ich muss zugeben, ich bin froh, dass er hier ist. Tja, mal gucken, was wir mit dem noch zusammen anstellen können. Mal schauen, unser bester Freund hier. So, wir haben einen Fähigkeitspunkt bekommen. Stimmt, genau. Kämpfen. Tödliche Präzession. Das machen wir jetzt auch mal. Geräuschloser Killer. Diggens der Gegner. Geräuschlos ohne Feinde denn hier zu alarmieren. Hey, cool, das ist neu. Das machen wir jetzt auch. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Okay. Waffenverbesserung. Haben wir da was? Nein. Unser Schrotflinte leuchtet was auf. Ah ja, okay. Ach, auch nochmal Nachladegeschwindigkeit. Ja, dann. Hopp gedockt. Sehr schön. Okay, nochmal was verbessert. Wunderbar. So, da müssen wir wohl hin. Furchtbar glücklich. Furchtbar glücklich. Schön, dich zu sehen, Sophia. Jacob wartet im Observatorium auf dich. Sie haben ihn gefunden. Die Gründer von Kitesh waren geschickte Handwerker. Und hier betrachteten sie den Atlas. Jonah, probier die Ketten aus. Okay. Das ist so geil gemacht. Unglaublich. Sie müssen ihn verwendet haben, um den Bau der Stadt zu planen. Wie uralte Blaupausen. Ganz genau. Alles strahlt aus von diesem Punkt. Das Zentrum der Stadt liegt also unter dem See. Aber, hm, irgendwas stimmt nicht. Die Kathedrale, wo der Atlas war, ist auf der falschen Seite der Karte. Dreh noch etwas weiter. Halt! Das reicht. Hitesh liegt nicht unter dem See, sondern unter dem Gletscher. Die göttliche Quelle muss dort sein. Wie zum Henker kommen wir durch das ganze Eis. Warte. Dieser Pfad hier führt in die Stadt. Die Kathedrale ist dort. Und der Turm auf der anderen Seite. Das bedeutet, der Eingang von Kitesh befindet sich... Hier. Der Eingang von Kitesh ist hier. Sie wussten es. Wie ist das? Der Eingang von Kitesh! Farrah! Ich werde die Hand! Farrah! Ich werde dir töten! Jona! Nein! Lara! Oh nein! Wir... Wir haben nicht viel Zeit. Es wird nicht lange dauern, bis Trinity die Position der Quelle entdeckt. Aber... Ich muss sofort zu Jonah. Auch wenn Sie dadurch die Wahrheit aufgeben, deretwegen Sie hier sind... Er hat sein Leben riskiert, um mich zu finden. Ich hab ihn fast schon einmal vermuten, das reicht. Dann gehen Sie. Tun Sie Ihre Pflicht. Jetzt gehen Sie mit einem Schreiber. Ich habe die Verkundigen. Ich habe die Verkundigen. Ich habe die Verkundigen. Ich habe sie in einem Schreiber. Ich habe sie in einem Schreiber. Was ist das? Durch den Einsatz von Ausweichmanövern wird Lara seltener von feindlichen Kugeln getroffen. Drücken Sie C, um während eines Kamps einen Ausweichmanöver auszuführen. Sprinten! Drücken Sie Umstand, um schneller zu laufen. Die Rettung. Folgen Sie dem Trinity-Helikopter zur alten Sowjetwetterstation. Ich wundere mich jetzt eigentlich generell, wie konnten wir so schnell jetzt hier unten beim Gulag sein, wo der Rettungshubschrauber noch nicht da unten angekommen war. Der war noch auf dem Flug dahin. Wir müssen ja echt schnell von Geothermahantali hergerannt sein. Wir kennen den Weg durch das Spiel. Dass wir das noch erleben durften, wie der Rettungshubschrauber auch gerade so angekommen ist. Das heißt, wir waren im Laufen so schnell, wie der Hubschrauber geflogen ist. Das war sehr schnell. Oh, wir haben hier ein Lager, da hinten leuchtet es. Das Leuchten sammeln wir jetzt noch auf. Beziehungsweise alles andere auch. Denn unsere Aufnahmezeit ist vorüber. Oh, hier ist sowieso nichts mehr. Unsere Aufnahmeszeit ist nämlich vorüber. Hier ist ein Lager. Dann sammeln wir das jetzt noch auf, was es hier gibt. Wie die Truhe hier zum Beispiel noch. Und dann ist... Ja, fertig. Breitblatt Kletterpfeile. Breitblatt Kletterpfeile. Schießen Sie Kletterpfeile in weichen Holzoberflächen, um neue Orte zu erreichen. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt, bis der Schuss voll aufgeladen ist, bevor Sie abfeuern. Das haben wir gerade gelesen. Okay. Dann speichern wir gerade mal. Jetzt haben wir noch einen Fertigkeitsbuch. Sie haben jetzt Jonah und den Atlas. Aber wenn Sie glauben, dass er etwas weiß, lassen Sie ihn vermutlich noch am Leben. Ich kann nur hoffen, dass Jonah durchhalt, bis ich ihn finde. Ich muss ihn zurückholen. Ich lasse ihn hier nicht sterben. Halte durch, Jonah. Ich finde dich. Wir finden ihn. Okay, also wie gesagt, das war's. Wir machen hier einen Cut. Wir sind über unsere Aufnahmezeit rüber. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Teil. Ich hoffe, ihr seid auch mit dabei und verfolgt das Ganze. Und ich hoffe, die Aufnahmen stimmen alle von der Flüssigkeit der Aufnahme. Die FPS pro Sekunde, die Bilder pro Sekunde. Ich werde jetzt erstmal direkt nah kontrollieren. Ich hoffe, es stimmt alles. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt es mir gerne zeigen. Und da sehen wir uns beim nächsten Mal. Das war von Lüheir. Gameplays als Hobby mit Rise of the Tomb Raider und Lara Croft. Bis dann und tschüss.